Bei mir im Studio zu diesem Thema ist jetzt Guido Schmidke. Guido, dieser Schützenpanzer Puma. Aktuell sowas wie der Schrecken ohne Ende für die Bundeswehr, für die Truppe. Denn die Pannenserie beim teuersten Rüstungsprojekt des Heeres, die reißt einfach nicht ab. Es gibt jetzt erste Stimmen, dass der Puma eine komplette Fehlkonstruktion sei. Stell uns dieses einzige Vorzeigeprojekt doch mal vor. Ja, eigentlich ist das der weltbeste Schützenpanzer, wenn er denn funktionieren würde, was er meistens nicht macht. Und ich denke, dass aktuell die Köpfe im Bundesverteidigungsministerium rauchen. Denn der Puma ist ein absolutes Vorzeigeobjekt. Aber seitdem man ihn konzipiert hat, eigentlich auch immer pannenbehaftet. Die Entwicklung hat zu lange gedauert. Die Kosten sind immer weiter in die Höhe gestiegen. Es gab immer wieder technische Probleme, die man lösen musste. Viele Auflagen, die der Puma erfüllen musste. In gewisser Weise eine eierlegende Wollmilchsau, die alles können sollte. Und im Endeffekt hat das dafür gesorgt, dass der Panzer auf Naht genäht wurde. Und dass er so kompliziert am Ende wurde, dass inzwischen diese Pannenserie einfach nicht abreißt. Und es immer wieder gerade mit dieser komplexen Technik Probleme gibt. Wir können uns mal den Schützenpanzer Puma angucken. Besatzung drei plus sechs. Drei, das ist der Kommandant, das ist der Fahrer und der Richtschütze. Und dazu sechs Soldaten vom Schützentrupp, Infanteristen. Bis zu 43 Tonnen schwer. Auch das ist bemängelt worden. Gerade was den Lufttransport angeht, ist der Puma damit zu schwer. Bewaffnung, 30 Millimeter Maschinenkanone und eine Panzerabwehr. Der Lenkwaffe vom Typ Melz, die im Nachhinein integriert werden musste. Auch das gab eine Menge Probleme. 70 Kilometer schnell. Eigentlich ein hervorragendes System. Aber diese Komplexität sorgt dafür, dass er einfach immer wieder Fehler verursacht. Und wenn wir über den Puma sprechen, dann sprechen wir nicht nur über den Schützenpanzer, sondern über das System Panzergrenadier. Denn der Puma ist praktisch sozusagen der Schutzraum für die Panzergrenadiere. Und die Panzergrenadiere, die sind ausgestattet modernen Kommunikationsmitteln. Und so will man praktisch ein integriertes System schaffen, das auf dem Gefechtsfeld der Panzerkommandant und der Kompaniechef wissen, wo der Schützentrupp ist und sich alle gegenseitig digital austauschen können mit Karten und mit Kommunikation. Und das hat ganz viele Probleme bereitet. Nämlich diese Kommunikation hat nicht funktioniert. Es gab Probleme mit den Optiken. Und darüber hinaus ist der Turm, der ferngesteuert wird, so anfällig, dass er immer wieder ausfällt und dann die Waffenanlage natürlich auch nicht effektiv benutzt werden kann. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und da geht es hier. Vielen Dank.